Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecrafts. Heute haben wir eine Videoantwort auf unser eigenes Video. Was ich damit meine, erfahrt ihr gleich. Viel Spaß mit dem Video. Oh, jawoll und herzlich willkommen auf einer neuen Runde LSD Get Down. Denn heute haben wir eine kleine Challenge mitgebracht im Gepäck sozusagen. Genauer gesagt hatten wir diese Challenge schon mal und die kam ziemlich gut bei euch an. Deswegen dachte ich mir, na komm Benzon, dann probierst du die Challenge einfach noch einmal. Denn die lief, ja ich sag mal die lief okay, aber könnte ein bisschen besser sein. Ja und deswegen probieren wir die heute noch ein bisschen zu verbessern. Die aktiven Stammzuschauer, aktiv, okay. Unter euch sollten natürlich schon wissen, um welche Challenge es sich handelt. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, Challenge ist wahrscheinlich das falsche Wort. Das ist jetzt keine Challenge in dem Sinne. Aber es ist eben so, dass ich ein Video gemacht habe. Und da ging es darum, sich so OP wie möglich auszurüsten. Also so richtig OP, Leute. So richtig mit One-Hit-Bogen, One-Hit-Schwert, allen drum und dran, Leute. Und das kam echt gut bei euch an. Und der Rekord war solide, den wir da hatten. Aber geht natürlich noch viel besser. Und deswegen dachte ich mir, okay, okay Ben. Probierst du es einfach nochmal? Second try sozusagen. Und, oh, Regenera... What? Das wäre die Überrunde geworden, aber er ist richtig schnell durchgerusht. Schade, Alter. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Als ob ich da jetzt so... Oh, nein. Als ob ich da jetzt so viele Coins bekommen habe. Ja gut. War das ein solider Start? Ich würde sagen, ja. Ja, probieren wir mal, was wir hier so schaffen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Coins wir beim letzten Mal hatten. Resistence. Wir müssen jetzt... Wir brauchen jetzt Regeneration. Da ist auf jeden Fall ein Regenerationsblock. Das heißt, wieder zurück. So, so. Komm. Ah, Blindheit. Beim letzten Video haben sich ein paar gewundert, welchen Hack ich denn da aktiviert habe, dass ich nicht blind bin, wenn ich Blindheit bekomme. Diesen kleinen Hack nennt man Minecraft Shader. Ja, Leute, das ist auch schon der ganze Trick. Du, Alter, lass mich in Ruhe, Digga. Wenn du mich runterschlägst, dann kreische ich wie ein Mädchen. Kreischen? Voll das schwierige Worte, Alter. Oh Gott, Leute. Wir haben so viele Coin-Blöcke eingesammelt. Wenn wir die Runde jetzt noch... Wir sind Erster. Wenn wir die Runde jetzt gewinnen sollten, das wäre so... Leute, das kann eine übersolide Runde werden. Ich meine, es wird jetzt kein Mega-High-End 3000-Coin-Rekord. Aber 2900 Coins sind drin. Okay, nein, Leute. Ein kleines Späßchen am Rande. Muss ja auch mal hier erlaubt sein, oder? Okay, Leute, wir haben noch ein bisschen Abstand. So. So. Jawohl. 1192 Coins nach zwei Runden. Und jetzt kommt noch Super Mario zum Abschluss. Uh, Leute, das kann solide werden. Das kann verdammt solide werden. Hier läuft keiner hin. Okay, okay, okay. Da ist ein Block. Dann schnappen wir uns auch gleich, würde ich sagen. Leute, ich bin immer... Ich bin echt aufgeregt. Ich bin einfach aufgeregt. Scheiße, den kriegen wir nicht, aber ist egal. Ich bin einfach echt aufgeregt in Get Down. Mein Gott, ey. Optionen perfekt, Alter. Ich bin so aufgeregt, dass ich die Runde jetzt versaue, Leute. Oh mein Gott, ich bin so am Sweaten hier gerade. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Oh, genau. Mit solchen Sprüngen versaut man nämlich Runden, Alter. Ben, bist du denn behämmert in der Birne? Und so. Okay. Das sieht doch... Also ich meine, keine Ahnung, Leute. Das sieht doch gut aus. Ich meine, okay, wir hätten auf der Map viel mehr Coins rausholen können. Aber ganz ehrlich, ist ja dann auch egal. So. Egal, Leute. YOLO. Uh, 1646 Coins. First try. First try, Leute. Ich schwöre auf alles. Alter. Nein. Nice, Leute. Nice. Okay. Ähm, dann gönnen wir uns auf jeden Fall Unendlichkeit. Probieren wir uns zumindest. Ähm, so. Schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal unendlich. Wieso habe ich da gerade Stärke 3 gemacht? Das war komplett bescheuert. Flamme. Stärke 4 haben wir schon. Problem ist, ich brauche halt auf jeden Fall Unendlichkeit. Weil sonst ist der Bogen halt nicht so nice. Unendlichkeit. Sehr schön. Schwert. Rückstoß 2. Nee. Rückstoß 2. Nee. Ich sage es, ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich muss hier echt einfach auch Schärfe 4. Wisst ihr was? Ich balle jetzt hier einfach drauf. So. Dann kaufe ich mir noch voll dir. So. Ich kaufe mir auf jeden Fall ein Speed Potion. Ich kaufe mir ein bisschen Essen. Und Bonusherzen. Und eine Angel eigentlich auch. Wobei. Zack. Und dann irgendwie noch Goldäpfel. So. Ich bin so krass ausgerüstet, Leute. Das ist nicht mehr normal. Oh Gott. Keine Zeit mehr. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Leute. Wir haben es auch ganz gut hingekriegt, glaube ich. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeitnot, ey. Das war ein bisschen Abfuck. Aber egal, Leute. Okay. Wir haben einen Speed Trunk. Ein Goldapfel. 15 Herzen. Ein Stärke 4. Flamme 1. Unendlichkeitsbogen. Ein Schärfe 4. Schwert. Leider ohne Verbrennung. Da hatten wir echt. Wir hatten echt Enchantment-Pech, Alter. Wir haben Schutz 2. Wasseraffinität. Helm. Schutz 1. Brust. Schutz 2. Chest. Äh, Hose. Und Schutz 2. Wasserläufer. Federfall und so weiter. Schuhe. Wir haben da echt irgendwie... Wir haben da schlechten Zaubert... Äh, Verzaubert, Leute. Aber so einen großen und ganzen Mischchen echt guten Stuff. Also der sollte da auf jeden Fall easy machbar sein. Bleib still. What the fuck? Hä? Hä? Wieso wollte ich so komisch geboostet? Verstehe auch nicht, Leute. Ich meine nicht... What the fuck? Was ist mit dem los? Der hat Wasser? Der hat Wasserläufer-Boots. Haha. Die Saftflasche. Und? Oh, ich habe den echt nicht. Der ist halt One-Hit oder so mit meinem Bogen. Soll ich meinen Speed-Trunk? Ich gönne jetzt einfach meinen Speed-Trunk, Leute. Kommt. So, dann sind wir nämlich auch im Wasser schneller. So, was willst du, mein Lieber? Hä? Okay, du bist... Oh, der hat schon gesehen, Alter. An meinem einen Hit. Was ich hier für ein Schwert habe. So, mein Lieber. Kabumm. Dich haben wir. Oh, da haben wir einen. Da haben wir einen. Getroffen. Jetzt hat er ein Problem. Jetzt hat er ein Problem. Ah, dein Gold dafür würde er auch nicht so viel bringen. Komm, 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 komm. Bleib stehen, Herrmann. Ah, jetzt sollte ich ihn gleich haben. Jawohl. Und noch ein Hit. Und ich sage noch zwei Hits. Okay, nur noch einen Reihenhit. So kann man sich täuschen. Oh Gott, das haben wir nicht alles für... Für Mist, Leute. Das wollen wir doch alles gar nicht. Brauchen wir nicht. Wo haben wir den? Zu zweit. Wir sind im One-on-One. Dann können wir den Gold dafür schon mal essen. Wo ist denn der Letzte? Ich hoffe, das wird jetzt nicht so ein nerviger Wasserfight. Schauen wir mal. Wo ist er denn? Hallo? Hallo? Wo bist du denn? Hallo? Leute, ich weiß auch nicht, wo er ist. Keine Ahnung. Mit 16 Herzen kann uns ja eigentlich nichts passieren. Aber wo ist er denn? Wo ist der Gegner denn? Mensch. Der versteckt sich irgendwo, Alter. Okay, Leute. Wir haben einen Kompass. Und jetzt nähern wir uns ihm. Er hat sich die ganze Zeit versteckt. Aber jetzt... Jetzt ist Schluss, mein Lieber. Ich habe schon Fragezeichen im Chat geschrieben, weil ich echt keinen Plan habe, wo der ist. Der muss aber... Oh, Leute. Wir nähern uns. Ah, jetzt... Wollt, habe ich ihn da gerade gehört? Er sagt nicht, er ist irgendwie auf diesen Haus... Hat er sich jetzt wieder irgendwo... Nee, er ist in diesem Haus ja anscheinend. Okay. Oh nein, das wird irgendeine Scheiße, Leute. Ich sehe da schon kommen. Der killt mich. Der killt mich. Ich sehe da schon kommen. Da ist er! Oh, der hat doch verdammt guten Stuff. Wieso gammelt der da? Oh, yeah, baby. Mit dem OP-Stuff? Keine Chance. GG. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da und schreibt in die Kommentare, was für neue Getdown-Challenges ich mal probieren soll. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Tschüssi.